Am liebsten backen die Kinder, die sie ausstechen können. Da können sie in verschiedenen Formen und Dekorationen machen. Je nach Alter. Wenn sie klein sind, gibt es auch Gurzen, die man nur ausschneiden muss. Mit Teiggrädchen oder mit einem Messerchen. Da muss man darauf achten, wie alt die Kinder sind. Und wie im Fest, dass man ihnen helfen muss. Dann kommt es ein bisschen davon, ob man gerade vier hat. Ob das Mehl, die mithelfen wollen, oder nur eins. Also. Dann kannst du die hier einfach reinleeren. Für mich ist etwas vom Wichtigsten, dass alles gut vorbereitet ist. Dass man alle Zutaten hat. Jetzt noch das Mehl. Das sind 500 Gramm. Ich habe sie schon abgewogen. Ich schiebe sie selbst rein. Das schiebt sonst etwas. Und zu guter Letzt kommt noch eine Preise Salz. Dann mischen wir alle Sachen noch einmal. Und jetzt mischen. Jetzt sieht man hier schon, es ist ziemlich ein Teig. Jetzt muss man halt das ein wenig vom Knetthocken wegputzen. Und das geht immer noch am besten mit der Finger. Die sind natürlich vorher gewaschen worden. Den Teig packen wir jetzt in eine Klarsichtfolie. Und ich mache ihn jetzt extra ein wenig flach. Denn wenn er flach ist, wird er viel schneller durchgekühlt. Dann müssen wir nicht so lange warten, bis wir anfangen können. Jetzt gibt es etwas zum Abschlecken. Die, die wir probieren wollen. Die meisten haben die Ruhe gut. Manchmal fast lieber wie die Gepacken. Wir packen ihn noch einmal aus dieser Folie heraus. Und jetzt, was braucht es auf dem Tisch? Dass es nicht klebt? Genau. Dann bemehle ich hier einmal den Tisch. Dass der Teig nicht klebt. Dass man gut die Gutzel wieder aufs Blech legen kann. So. Dann haben wir unsere Teighölzchen, die gerade die Höhe der Gutzel noch anzeigen können. Jetzt kann man mit dem Wallholz. Kannst du mal Konoa, kannst du auch mal drüber fahren. Es sollte einfach so sein, dass die Teighölzchen in der Breite vom Wallholz sind. Und dann einfach so lange wallen. Du musst auch vielleicht mit dem Wallholz auch noch etwas Mehl machen. Die bekanntesten Klassiker sind so Brunseli, Zimmertsternen, Spitzbuben, Vanillegipfeli, Schoggikugeln. Und die, die wir hier gerade machen, sind das Meiländerli. Das ist eigentlich das bekannteste und beliebteste. Fast jede Haushaltung, die selbst gegutzelt wird, kommt jeder an der Weihnacht auf den Tisch. Ich habe den Schütteler. Du wolltest den Schütteler. Und der ist schon besetzt. Schau jetzt, wenn wir etwas weit unten suchen. Und dann? Oh, siehst du. Gehst du etwas an den Bäumen? Das haben wir jetzt also ganz schön gemacht. Alles ganz verschiedene Gutschen. Wenn man ganz normale Meiländerli machen würde, würde man sie jetzt mit Eigellen anstreichen. Das machen wir jetzt nicht, weil wir sie dann noch farbig dekorieren. Und jetzt kommen sie so in den Ofen. Wir haben Umluft gemacht. 180 Grad. Und darum können wir auch zwei Bleche miteinander rein tun. Die haben etwa 10 Minuten. Sie sind höchst konzentriert. Mit den Zuckerschriften kann man schreiben. Wie mit dem Leim. Genau gleich. Ich finde das wunderbar, wenn man in der Appenzzeit innerhalb der Familie so gemütlich zusammen etwas machen kann. Und man hat noch so ein Werk, das man zum Beispiel auch zum Verschenken benutzen kann. Das ist schon mit der Geschichte. Jetzt schon so ein Kunstwerk machen mit der Röcke. Oh, das sieht super aus mit der Röcke. Wunderbar, was ihr hier gemacht habt.